Wer sich immer für andere einsetzt, darf sich selber nicht vergessen. Matthias Hügli ist Seelsorger und Berater. Er begleitet Menschen meistens in schwierigen Lebenssituationen. Damit er bei dieser Arbeit nicht ausbrannt, geniesst Matthias den sportlichen Ausgleich, ganz besonders das Gleitschirmfliegen. Um mich für andere Menschen zu investieren, ist es für mich wichtig, mit Zwischenturen einfach ganz rauszunehmen und etwas ganz anderes zu machen. Und dann wieder Kraft haben, sich dem zu widmen, was man für andere Menschen macht. Und das Gleitschirmfliegen ist genau so etwas. Beim Gleitschirmfliegen denke ich nicht an die schwierigen Situationen, die ich sonst zum Teil mit ihnen zu tun habe. Weil ich mich rausnehmen und etwas ganz anderes machen kann. Ich fliege nicht extrem viel. 20 bis 30 Fliegen pro Jahr. Wir sind hier am Biesenhogger Rüttiberg bei Hasli-Rüegsau. Das ist ein kleines Gebiet. Und es braucht die entsprechenden Biesen, also der Nordostwind. Die Stärke muss stimmen. Matthias Högli hat vor über 30 Jahren Theologie studiert. Seitdem hat er sich beruflich immer für das Leben anderer Menschen eingesetzt. Zuerst im Pfarramt und nach verschiedenen Weiterbildungen, auch als Spitalseelsorger und Berater. Bei allem, was ich gemacht habe, ist es darum gegangen, meine Menschen zu investieren auf unterschiedliche Art. Mit ihnen schauen, wo sind ihre Ressourcen, was gibt ihnen Kraft, was hilft ihnen, die Fülle des Lebens zu suchen und immer wieder zu entdecken. Auch in all diesen belastenden Situationen. Hallo Gregor. Wir haben ja am Mittwoch noch die Teamsitzung, wo ich dabei bin. «Leben im Pfüllen» ist ja eigentlich ein Bibelzitat aus der Geschichte vom guten Hirte, wo Jesus sagt, er kommt nicht wie ein Dieb und stillt den Menschen etwas, sondern dass sie Leben im Pfüllen haben. Das ist etwas, das mich begleitet durch das, was ich mache. Ich möchte, dass die Menschen sich so entwickeln können, dass das Führerkommt, das in ihnen steckt, so ein Stück weit Potenzial entwickeln. Matthias Hügli arbeitet als Berater in Burgdorf. Zudem baut er zwei Seelsorgeprojekte im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bern auf. Das Ziel? Den Zugang zu Gesprächen über Spiritualität erleichtern. Der Spitäler ist Seelsorge organisiert. Und wenn die Leute nachher aus den Spitäler rausgehen, auch wenn sie schwer krank sind und sie auf Sterben zu kommen, dann ist nichts direkt organisiert. Um Lücken in der seelsorgerlichen Begleitung von schwer kranken Menschen zu schliessen, vernetzt Matthias Hügli spezialisierte Spitex und Fachpersonen aus Kirchgemeinden und Pfarreien. In den Berner Privatspitälern wiederum soll die ökumenische Basis der Spitalseelsorge stärker werden. Auch die Mitarbeitenden selbst sind im Blick. Dort geht es darum, dass ich mit dem Team unterwegs bin, Supervisionen, Intervisionen organisieren. Die müssen funktionieren und sehen, wie es jemandem vielleicht immer schlechter geht. Die brauchen ihre Ressourcen in dieser Situation. Für seine Arbeit ist Matthias Hügli oft unterwegs. Neben den Beratungen in Burgdorf hat er öfters Gespräche und Treffen in Bern und Umgebung. Ich schätze die Zeit im ÖV sehr. Das sind zum Teil Zeiten, wo ich etwas lese oder etwas lerne oder ich höre in irgendeinem Vortrag. Einfach noch etwas ganz anderes machen. Ich finde die Pausen, die es da gibt, auch hilflich, um zu sagen, jetzt bin ich für etwas anderes da und dann bin ich wieder voll da bei dem, was ansteht. Hier in Burgdorf hat Matthias eine 40% Anstellung als Berater für Menschen mit Beziehungsschwierigkeiten. Getragen wird das Angebot zum grossen Teil von der reformierten Kirche. So können sich auch Menschen mit tiefem Einkommen Beratung leisten. Wir haben Empfehlungen für Beiträge, die sich nach dem Einkommen richten. Und das beginnt bei einem Bar mit Kind mit tiefem Einkommen bei 10 Franken für einmal. Das sind sehr unterschiedliche Momente, wo die Leute kommen. Es gibt ein paar, die recht sensibel sind auf das, was bei ihnen läuft und die frühzeitig kommen. Und dann gibt es auch Leute, die kommen, wenn es einfach wirklich nicht mehr anders geht, die in etwas feststecken. Ich selbst wünsche mir natürlich, dass die Leute eher früher kommen. Wenn man so ganz fest darin steckt, ist es häufig schwieriger, um noch einen Weg miteinander zu finden. Matthias Hügli arbeitet systemisch lösungsorientiert. Er bietet Ehe-, Paar- und Familienberatung an. Je nach Situation kommt auch jemand alleine zum Gespräch. Wir selber sind so kreative Elemente wichtig. Ich zeichne gerne am Whiteboard. Manchmal mache ich etwas mit Tieren, mit Seilen. Man sieht auch im Hintergrund viele Gegenstände. Und die Symbole helfen, Distanz zu gewinnen, zu dem, was in mir passiert, und schauen, wie will ich es vielleicht anders. Ich gehe gerne raus auf den Spaziergang, um das zu nutzen, was man draussen sieht und erlebt. Oder einfach mal ein paar Schritte gehen, auch ihnen etwas zu sagen. Im Beratungsraum wird es schnell mal für die Leute peinlich. Aber draussen kann man das. In der Regel ist der Glaube an Gott in der Beratung kein direktes Thema. Für Matthias Hügli persönlich ist christliche Spiritualität aber etwas, das ihn in seiner Arbeit unterstützt. Das begleitet mich auch in der Beratung. Ich rede nicht davon, sondern es ist etwas, das mir als Haltung hilft, damit zu rechnen, auch wenn etwas verfahren ist. Ich glaube daran, wir sind jetzt rund um Ostern gerade. Manchmal ist wirklich keine Flittung im Leben von Menschen und man weiss nicht, wie weiter. Und da kann wie ein Geschenk dann plötzlich Leben aufbrechen, Ostern werden. Und das ist etwas, das mich begleitet. auch von meinem Gottesbild her. Für mich ist Gott nicht ein Gott, der uns überschüttet mit Füllen, sondern der uns Perspektiven gibt. Auch durch das schwierigste Touren darf wieder etwas von dem sichtbar werden, das uns Leben lässt. Matthias bietet lösungsorientierte Beratung auch mit einem Gleitschirmflug an. Dank seinem Tandem-Brevet kann er einen Passagier mitnehmen. Das Fliegen hat ja fast etwas Symbolisches. Ein paar Schritte machen, Mut aufbringen und sich tragen lassen. Und nach der Landung ist es möglich, zu schauen, was das mit dir gemacht hat und was könnte das bedeuten für das, was du vorhast. In diesem Sinne, also das Erleben, das man unmittelbar körperlich spürt, auch für das, was im Leben dran ist. Doch mehrheitlich fliegt Matthias für sich allein und ist teilweise mehrere Stunden über weite Strecken mit dem Gleitschirm in der Luft. Manchmal singe ich beim Fliegen, das kommt vor. Manchmal macht es mich einfach riesig dankbar, was ich dort erleben darf. In dieser Welt darf es sein, man darf all das sehen, was ich hier sehe. Manchmal gibt es auch Momente, in denen ich irgendwo mit Gott im Gespräch bin. Einfach auf eine Art, die nicht überhaupt mit Problemen behaftet ist. Ich bin nicht anders im Gespräch in der Luft, als am Boden. Aber der Fokus ist anders. Einfach der Fokus von Dankbarkeit und Stauern, der immer wieder eine Rolle spielt. Aber auch im Leben von Matthias gab es nicht immer nur Höhenflüge. Ja, an Grenzen kommen. Mein Typ, das gehört zum Leben. Ich werde dünnhäutig, ich reagiere nicht so, wie ich möchte. Und das ist etwas, das ich von mir kenne. Also manchmal sage ich, es gibt so Phasen, wo meine Seele hinkt. Und ich merke, ich komme nicht mehr nah. Und wo alles grau wird. Und am Anfang habe ich mich dagegen versucht zu wehren. Aber in der Zwischenzeit kommt es erstens nicht mehr so viel vor. Und zum anderen habe ich gemerkt, das ist ja hilfreich. Also das signalisiert mir auch aufpassen. Es ist da etwas, wo sich nicht einig ist, gut herzuschauen, was das heisst jetzt. Matthias Högli erinnert sich an eine Situation in seinem Leben. Nach neun Jahren Spitalseelsorge spürt er, dass die Zeit reif ist für eine Veränderung. Im Inselspital, wo ich viel mit krebskranken Leuten unterwegs war, hat es eine Phase gegeben, wo ich Patienten hatte, die ALS haben. Also eine Muskelkrankheit, die es immer weniger konnten. Und da habe ich gemerkt, das bringt mich an eine Grenze, wo ich im Moment nicht gerade gewusst habe, wie damit umgeht. Also wo mir viel Kraft kostet. Und dann war es gut. Im Rückblick habe ich dann gesagt, es war Burnout-Prophylaxe, um eine andere Aufgabe zu wählen. So. Fünf haben wir gesagt. Matthias ist seit 30 Jahren mit Irene verheiratet. Sie haben drei erwachsene Söhne und drei Enkelinnen. Der Matthias hat es wirklich immer geschafft, genug Zeit für die Familie zu haben, weil es ihm auch ein Anliegen war. Wir haben es so organisiert. Als ich klein war, habe ich 20 Prozent auf dem Beruf gearbeitet. Er war wirklich 20 Prozent Papi. Auch später, als es dann grösser waren, immer wieder, durch das, was ich an dem Wochenende gearbeitet habe, habe ich in Ziculi so Männerwochenende gehabt, da zu Hause einmal. Und es hat sich wirklich Zeit genommen. Das hatte eine Phase, in der wir zu mal gemerkt haben. Jetzt haben wir fast keine gemeinsame Zeit mehr. Dann haben wir Partner die Zeit angefangen einfach einplanen. Das haben wir schon einige Jahre, in denen wir einmal pro Woche einen Abend oder ein paar Stunden als Paarzeit haben. Einplanet neben dem anderen auch. Das war gerade ein wenig viel Wind. Am Start war schon relativ viel Wind. Und dann in der Luft, das hat noch etwas zugenommen. Also noch im handelbaren Bereich. Und es ist vor allem etwas böig. Das ist noch etwas anspruchsvoll. Fliegen war immer das, was ich mir als Zeit für mich nehmen konnte. Es war an meiner Frau klar, ich gehe fliegen zwischendurch. Und das ist gut. Einfach zwecklose Zeit für mich. Es war unsinnig, so in der Luft herumgondeln. Aber es tut gut. Ja, das ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020